So Leute, doch nochmal willkommen zurück zu einer Aufnahme, denn es ist gerade mal kurz vor 8. Wir hatten den Schlüssel gefunden, macht mal die Türen auf. Unter mir ein Novizen sitzen. Petro, das ist der Gute, der das Auge innaus aus dem Kloster entwendet hat. Was macht der denn hier auf den Hallen von Erdorath? Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Glaub ja nicht, nur weil ich dem Chor der Paladiner angehöre, lasse ich bei dir Gnade walten. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Gar nichts muss ich. Ich werde dich jetzt töten. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Gut, Pedro. Dann komm mal mit. Pack dich da bitte nirgendwo fest. Angst vor Orks haben müssen wir sowieso nicht mehr haben. Daher ist es ja nur ein Laufspiel. Ja, wer sich jetzt fragt, warum ich so handel und die nicht töte, das hat den einfachen Grund. Wir wissen, dass diese Besessene, dass man besessen werden kann. Und, ja, ich bin einfach ein guter Mensch, der sich gerade aufregt, dass da wieder irgendwo Orks spawnen. Was sollte das denn jetzt? Spawn Orks. Ich hoffe, das war jetzt eine einmalige Sache. Wenn wir den jetzt gerade zurückbringen. Ey. Direkt am Schiff? Ich glaube, es geht los. So, wenn jetzt alle auf dem Schiff tot werden, dann würde ich mich übertrieben aufregen. Ne, die kämpfen auch. Was soll das denn? Ja, du bist auf dem Boot. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Wie war das mit dem Orkischen Oberst? Wie war das mit dem Orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Vollers. Der Orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei, Inners. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle. Aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Ja, das stimmt. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des Orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Hm, ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Ja, wir haben genug gehört. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innerst dich begleiten. Ich werde für dich beenden. Okay. Sollen wir mal zum Milken gehen, indem wir petzen, dass wir Petros gefunden haben? Der wird bestimmt nicht so glücklich sein. Ich habe Pedro gefunden. Pedro. So. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt. Er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Gut, mach das. Sag nicht, ich hast dir nicht geworfen. Aber egal. Wir haben einmal mehr auf dem Boot und das freut mich. Wo wurde jetzt gerade ein Ork umgehauen, frage ich mich. Weil hier war gerade noch irgendwas los. Irgendjemand hat dort die Waffen gezogen. Das habe ich ganz genau gehört. Und ich meine, die sind hier reingelaufen. Vatras, du lebst noch, oder? Orkkrieger. Nichts zu holen. Bei Vatras. Ey, die Orks sind wirklich krank. Die spawnen im Boot. Und auf dem Boot sind die gespawnt. Stell dir das mal vor. Gut, ist aber auch gefährlich. Das Ork ist jetzt hier so fest angebaut. Äh, angebaut. Angelegt. Hat hier so fest angelegt. Nö, was rede ich? Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor. Mach schon. Really? Wir haben Anger. Uh, er ist auf unserer Seite. Genial. Genius, Pewds. Perfekt. Wir haben Anger, der mit uns hier rumlaufen wird. Wo ist der? Okay, lass an. Hier können wir übrigens rausschauen aus dem Höhleneingang. Anger kommt echt mit uns. Das freut mich. Aber wehe, der haut uns nachher noch aufs Maul, weil der irgendwie durchdreht oder sowas. Dann kriege ich echt zu viel. Jetzt haben die aber auch ein Mann weniger hier auf dem Boot, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ist auch nicht so toll. Und wir müssen aufpassen, dass Anger nirgendwo festbackt. Ist ja eher eine Last oder eine Hilfe? Das frage ich mich gerade. Lieber zu zweit als alleine auf der Insel. Auf den Hallen von Erdorat, sagen wir es mal so. Level Up dürfte nicht mehr so lange dauern. Nö, geht eigentlich. Das ist etwas über 11.000 Erfahrungspunkte. Das ist eigentlich 8 GB und 4 GB USB-Stick, der hier rumliegt. 8 GB. Ja, schön, schön. Hallo? Hallo. Gut, der ist immer noch da. So, wie gesagt, da drin erwartet uns jetzt nichts. Wir werden uns auf jeden Fall die beiden anderen Gefängniszellen noch anschauen, die da noch waren. Da waren ja drei Stück. Wir haben ja aber schon ordentlich aufgeräumt, oder? Der Troll ist tot, die ganzen Orks sind tot, der orkische Oberst ist tot. Wir leben, Anger lebt, die Besatzung lebt, Pedros lebt. Also, perfekt, oder? Oh, die Musik, äh, die Stimmen. Schön, haben wir. Trank, okay. Ui. Trank, Trank. Schwarze Perle war das, oder? Schick, schick. Hi, Anger. Ah, ich erwarte hier irgendwo noch irgendwas, wodurch ich mich erschrecke, um ehrlich zu sein. Holy. Dämon beschwören, die ist auch extra eine Spruchrolle. Regt sich ab, Anger. Boah, Heiltränke. Ohne Ende. Ah, hier wird man aber nochmal gut ausgestattet, falls man nicht allzu viel Ausrüstung dabei hatte. Aber... Gut, Deutsch, Gold. Ja, mit dem Deutsch können wir sicherlich den Endgegner besiegen. Ne, ne, aber wer darauf geachtet hat, was ich bei dem Kloster gekauft habe, wird schon gemerkt haben, wie ich den Endgegner besiegen will. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, komm, Anger, weiter geht's. Erst die linke, dann die rechte Fackel, hat uns der gute Pedro gesagt. Wer hat es jetzt angelogen, wir sterben wegen irgendeiner Falle. Kriege ich auch wieder zu viel. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, im Nachhinein hat das Spiel zwei Endgegner durch das Add-On, nämlich einmal Raven. Und jetzt, wobei, eigentlich waren die ganzen Drachen ja auch schon kleinere Endgegner. Naja, ich weiß nicht. So, wir speichern hier mal eben. Erst die linke, dann, äh, weg mit dem Bogen. Erst die linke, dann die rechte Fackel. Links. Rechts. Ne, wirst wohl. Hallo. Meine Güte. Was auch immer damit so schwer zu verstehen war. So, Let's Play 1, überspeichern wir und gehen mal weiter. Und nicht erschrecken! Du bist gekommen, den Weichstein herauszufordern. Aber da zunst du erst bei mir vorbei. Und danke für deine Hilfe, Angra. Und danke für deine Hilfe, Angra. Angra. Okay. Uh, das waren viele. Ha, 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 ha. Perfekt, äh, drei auf einmal. Ähm, wir brauchen Heilung. Und zwar ganz dringend. Falsche Richtung. Nehmen wir mal so einen Trank der kompletten Heilung, oder? Oh. Wir haben so Tränke auch dabei. Des Geistes. Wo kommen die Tränke her? Hm. Okay. Interessant, was man so für Tränke findet. Anger. Uiuiui. Also Anger macht ordentlich Schaden. Mit einem Schlag macht er, wenn der einen kritischen Treffer ausführt, schüttet er so einen Echsenmensch mit ihm zur Hälfte. Das ist mehr als schick. Suchen da. Nichts zu wollen. Nichts zu wollen. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber okay. Vier Echsenmenschen auf einmal mit Anger. Und dem geht's auch noch richtig gut. Suchen da. Ah, ein Kampf. Mach ihn fertig. Hat jetzt gerade mich für den Suchen angefeuert. So, der müssten jetzt schon wieder, ey. Dracheneier. Boah, schaut euch an, das sind richtige Massen von den Viechern. Anger, das sind zu viele. Boah, schaut euch an, das sind richtige Massen von den Viechern. Anger, töte die. Bitte. Boah. Anger, ey. Heftig, du bist mein Held. Drachenei, Drachenei, Drachenei. Eiltrank. Ey, wie viele waren das jetzt? Vier, fünf, sechs, sieben. Meine Güte, ey. Also das übertrifft meine Erwartungen um Weitern. Schau ich mal an, was da vorne steht. Ganz recht, ein Drache. Aber selbst das ist hier nichts Besonderes mehr. Aber jetzt auf den Hals von Erdorat darf euch gar nichts mehr überraschen. Auch nicht den Anger, der übelst Amoklärft. Meine Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Okay. Bleib zurück. Alles klar. Was soll das? Bleib nicht zurück. Ja, war klar, den Drachen müssen wir alleine bekämpfen. Ähm, ähm. Ja, Heiltrank. Heiltrank. Ähm, dann müssen wir die... Dann müssen wir das gute... Auge Inos anlegen. Ähm, des Weiteren legen wir mal einen guten Dämonenbeschwörung. Auf die Taste Neun. Und gehen mal zu Feodaron. Dem Drachen, der hier steht. Bleib stehen, Mensch. Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du hier Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomantar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind. Lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch. Aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Okay. Lass du erstmal einen Dämon. Feodaron. Okay. Trotzdem ziemlich chancenlos, möchte ich behaupten. Warum sind wir weg? Hallo. Boah, wir waren gerade unsichtbar, du hast gesehen. Schon wieder. Drachenblut, Herz 1, Feuerdrachen. Okay, ich möchte gerne wieder sichtbar werden. Okay. Dämon. Hilf mir, ich sehe mich selber nicht. Hey, was soll das denn? Bleib ich jetzt bitte sichtbar? Das wäre sehr nett von dem Spiel. Links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, 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 links. Okay, tot. So. Ähm, ja. Dann haben wir hier zwei Türme mit zwei Schaltern. Der Trick ist nämlich ganz einfach der Bogen. Ich erspare euch mal weiteres Rätseln. Bin ich gerade ein bisschen blöd, wo ist der Schalter? Oh, da kommt die Brücke ja schon angefahren. Ja. Man muss einfach mit dem Bogen gegen jeden der beiden Schalter schießen. Das war schon das ganze Geheimnis dahinter. Ähm. Trank. Trank. Heiltrank. 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 Geht ja doch ziemlich gut voran. Meine Güte, Leute. Dauert nicht mehr lang. Höchstens vier, fünf Videos. Dann haben wir das Spiel durch, würde ich sagen. Ist gerade schon die Ziellinie. Boah, erschreckt mich nicht so, ey. Du bist gekommen, mein Meisterheil. Ja. Kennen wir schon. Dazu musst du erst an mir vorbei und dann ist das eine Lusche. Sollen wir mal hier auf den Turm hochgehen? Ja. Das ist, was ich in dem Spiel wirklich sehr, sehr schön finde, dass sie sich selbst hier in dieser letzten Welt noch richtig Zeit genommen haben, um das richtig ordentlich alles zu entwickeln. Links, links, rechts, rechts. Hier wieder ein paar Tränke. Ich schätze mal für die Leute, die sich, wie gesagt, nicht richtig eindecken. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay. Hier ist übrigens die Hebel, die wir von unten mit dem Bogen betätigt haben. Finde ich sehr interessant, dass man die Hebel mit Bögen betätigen kann. Gilt das eigentlich für alle? Oder war es jetzt nur eine Ausnahme? Das Skelettkrieger. Niedere Skelett, niedere Skelett. Denkt ihr, ich bin blind und sehe das dann nicht? So dumm bin ich jetzt auch mal wieder nicht. Das ist echt kein Skelett. Boah, ich bin schon dumm. Ich dachte gerade, das Funkeln da wäre ein Skelett. Ja, das Problem ist, da sind ziemlich viele Skelette und Suchende. Also, das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist.